Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir spielen heute eine Runde Murder Mystery. Und ich kann es kaum erwarten, Mörder zu sein und dich wegzuschnetzeln. Hey, wirst du das denn? Ich werde Mörder sein und ich werde dich wegschnetzeln. Ich glaube nicht, dass du Mörder bist. Wir beide wissen, dass du kein Mörder wirst. Das ist eine unfaire Sache insgesamt. Ich werde nie Mörder. Ich weiß. Ich bin Detektiv. Ich wollte gerade sagen, ich bin unschuldig, aber ich bin Detektiv. Ich bin unschuldig oder Mörder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Ach so, ich dachte gerade, warum habe ich auch keinen Bogen bekommen? Oh Gott. Nee, aber ich bin wirklich Detektiv. Also ich kann dich, wenn du wirklich unschuldig bist, beschützen. Hä? Oh, ja, ja. Warte mal. Ich glaube, der ist es. Wir haben es geschafft. Ich habe es gemacht. Moment mal. Der hat einfach hinter mir einen weggeschnetzelt. So nice. Der Steve war es. Ich bin jetzt unschuldig. Und Moment mal. Das ist die gleiche Map wie eben gerade. Oh, das stimmt. Und ich bin auch unschuldig. Und Moment mal. Ich brauche jetzt unbedingt richtig viel Gold. Oh nee. Jetzt bin ich gar nichts. Jetzt kann ich dir gar nicht helfen. Bist du was? Nein, ich bin leider auch unschuldig. Bist du Mörder? M-m. Sicher? Ja. Äh. Da werden schon welche weggeschnetzelt, ne? Ich bin's nicht. Okay. Ja. Ich auch nicht. Oh, oh. Okay. Der hat mir auf jeden Fall das Gold von der Nase weggeschnappt. Und ich habe den noch kein einziges Mal gesehen. Das Gold, das Gold. Okay. Nee, ich auch nicht. Aber es werden hier schon welche weggeschnetzelt auf jeden Fall. Oh, das stimmt. Oh, oh. Hier liegt. Ich glaube, die im Rosanen. Sie hat eine Karotte, glaube ich. Ich glaube, sie hat eine Karotte. Pass bloß auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sehe ich denn jetzt hier jeden Mörder so? Aber ich kann sie nicht weggeschneißen. Ich habe gerade einmal ein Gold. Oh nein. Ich habe zwei Gold. Ach, warte. Moment mal. Ah, das bist du. Hallo, Katja. Hallo. Also, ich glaube, sie war da rechts in dem Moment. Aber... Hey, Moment mal. Also, sie hat so rosa Haare. Sieht ganz niedlich aus. Aber... Ja. Ist böse. Oh, oh. Und zack. Hallo. Hi, Katja. Okay, hier sehe ich auch kein Gold weiter. Wir können uns verbinden. Oh, ja. Weil ich weiß, du bist kein Mörder. Oh, da ist Goldie. Wenn ich sie sehe, dann sage ich dir Bescheid. Aber sie... Man kann sie sehen. Ich sage... Da ist sie. Da ist sie. Sie ist in der Mitte. Oh nein, da ist Gold. Da ist Gold. Bitte gib es mir. Nein, ich habe es nicht bekommen, glaube ich. Oh nein. Moment mal. Ich habe vier Gold insgesamt. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Gold insgesamt, bis ich zehn habe. Oh nein. Hä? Und dann habe ich ja meinen Bogen. Ich sammle hier kein Gold auf. Die hinter mir geht die ganze Zeit mein Gold wegschnappen. Nein. Und hier ist richtig doll viel Gold. Und hier wurden schon zwei Leute weggeschnetzelt insgesamt. Es werden sowieso richtig viele weggeschnetzelt. Dann ist nur fünf Leute übrig. Und ich habe schon sieben Gold. Sehr, sehr gut. Da bist du. Hi. Ich habe mich gesehen gerade. Okay. Warte. Wenn sie kommt, dann müssen wir eine Allianz bilden. Okay. Hallo. Okay. Hier, nimm du das Gold. Du hast fast einen Bogen. Ich brauche noch zwei Gold und dann habe ich einen Bogen. Sehr gut. Okay. Ist hier hinten noch ein bisschen Gold. Ja, hier. Rechts. Rechts. Noch ein Gold. Und zack, ich habe einen Bogen. Komm, wir suchen sie jetzt. Ich glaube, sie ist hier in der Mitte noch. Irgendwie habe ich das Gefühl. Warte, ich nehme das Gold hier mit. Warte, warte. Hinter uns. Hinter uns. Da drin. Da drin. Ja, ja. Okay, warte mal. Da unten. Ich habe sie weggeschnetzelt. Sehr gut gemacht, Kater. Oh, nice. Ich bin Detektiv. Schon wieder. Sehr nice. Ich bin unschuldig schon wieder. Das ist ja eine unfaire Sache insgesamt. Hier sagt jemand, er ist Detektiv, aber ich bin es. Gott, der ist Böder. Der lügt. Nein, ich bin's. Wo bist du? Wo bist du? Äh, oben gerade. Hier, komm mal, komm mal. Ich bin hier unten. Komm, ruf mal nach unten. Komm mal nach unten. Ja, andere Seite. Andere Seite. Hallo. Guck mal hier. Du bist tatsächlich Detektiv. Da oben wurde jemand weggeschnetzelt. Kater, ich bleib bei dir. Warte, wo oben? Hier oben? Hier die Treppe hoch. Ja, ja. Pass bloß auf. Moment mal. Schon wieder. Der ist es nicht. Moment mal. Da unten. Guck mal, wie da unten einer so runterguckt. Kater, wo bist du? Hier. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Komm, wir gehen mal nach da hin. Ja. Wenn ich weggeschnetzelt werde, dann kannst du gerne meinen Bogen aussammeln. Hör auf. Ist das? Nee, ich dachte. Hier nimmt jemand einen Trank. Pass dir auf. Kater? Lass runter, lass runter, lass runter. Oh, ja, ja, ja. Warte, warte. Ich bin bei dir. Der ist es. Ich habe ihn weggeschnetzelt. Sehr gut gemacht, Kater. War das knapp. Sehr gut. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Oh, sehr, sehr gut. Nein, der hat mir das Gold weggeschnappelt. Okay. Hey, ich mag die mir richtig doll gern und warte schon mal. Vielleicht bin ich auch der Mörder. Nein, bitte nicht. Ich verstecke mich vor dir. Ich sag's, wie es ist. Hey, ich bin kein Mörder, wirklich nicht. Ja, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, diesmal bist du es. Nein. Ich glaube wirklich, dass du es bist. Du bist es. Ich bin es nicht. Doch. Oh, du hast mich gesehen. Ich bin es nicht. Wirklich nicht. Kater, ich habe dich ganz genau gesehen. Was ist denn hier los? Zack. Oh, oh. Moment mal. Boah, war das knapp hier. Schnell weg, ich bin schnell weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und warte mal. Es sind nur noch vier Leute übrig. Hier liegen so viele Leute insgesamt. Oh Gott. Was ist denn hier los? Bitte nicht wegschießen, bitte nicht. Dich bekomme ich. Dich bekomme ich. Hey. So, den, den, den ich bekomme. Den, 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 den bekomme ich. So, warte mal. Wo seid ihr, Leute? Ganz weit weg. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Den bekomme ich. Da, da, da. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, hier sind sogar zwei. Warte, komm. Hier, den. Und den auch. Oh. Nein, komm schon. Hey. Oh. Und? Jetzt ist es nur noch. Du. Wo bist du? Ich bin ganz, ganz weit weg, Katja. Aha. Willst du nicht den Bogen finden, aufsammeln, whatever. Hab ihn. Oh. Nein. Das war so knapp. Alles auf. Katja. Katja, nicht mich, nicht auf. Oh. Oh. Ich hab's genau gesehen. Oh, oh. Oh, oh. Katja, bitte nicht mich. Nein, 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 nein. Nein. Oh, nein. Ich hab's geschafft. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich bin unschuldig. Aber wir sind hier auf deiner Lieblingsmap. Also, zeig, was du kannst. Epic. Bist du Mörder? Ja. Echt? Vielleicht. Oh. Glückwunsch, wenn ja. Nein, ich bin unschuldig. Und ich seh dich da oben. Hallo, Katja. Guten Tag. Das Gold, das Gold, das Gold. Nein. Du hast mein Gold geklaut. Hey. Da hast du richtig so viel Gold. Okay, das sammeln wir auf. Oh Gott, hier sind voll viele mit einem Hut. Oh, oh. Moment mal. Da wär auch noch ein bisschen Gold. Ihr habt schon zwei Gold. Das ist sehr gut, Katja. Mhm. Nein. Ich will hier das ganze Gold aufsammeln, aber die schnappeln ist alles weg hier insgesamt. Oh. Da ist auch was, aber das trau ich mich nicht zu holen. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf. Oh Gott. Tschüss. Ich geh jetzt weg. Ich geh runter. Bye, bye. Locker. Ich war's nicht. Ja, ich auch nicht. Ich war's auch nicht. Ähm, Epic. Ja? Bist du's? Nein. Du bist es, gell? Nein, ich bin's wirklich nicht. Aha. Hey. Ich hab schon sieben Gold. Ich kann dich gleich wegschnetzeln. Katja, ich bin unschuldig. Du bist's überhaupt nicht. Moment mal. Der im Gelben ist er. Er ist oben bei der Falle. Gelb? Warte, ich hab's den Gold. Warte, warte. Ich hab auch einen Bogen. Ich hab auch einen Bogen. Oh. Er wurde weggeschnetzelt. Sehr, sehr gut. Ich bin detektiv. Nice. Sehr gut. Ich bin unschuldig insgesamt. Oh, auch gut. Ich bin hinter dir. Zeig mal gleich deinen Bogen, bitteschön. Ja, geh du mal weg. Du bist bestimmt Mörder. Hallo. Oh. Oh, ich war's nicht. Guck mal. Du hast den Bogen. Sehr gut, Katja. Da wurde schon jemand weggeschnetzelt in der allerersten Sekunde. Ja. Aber wo? Guck mal, wie die sich hier umgucken. Keine Ahnung. Moment mal. Pass bloß auf, Katja. Ist er der Mörder hier? Aber ich glaube... Nein, nein, nein. Er ist schon mal nicht der Mörder. Hm. Hm. Die sind ja alle verdächtig. Alle verdächtig. Ich bin nicht verdächtig. Ali. Ali. Hast du hier wen weggeschnetzelt? Nein. Nein, Katja, ich bin unschuldig. Hallo. Hi. Der Mörder. Wo? In der Mitte. Der richtig ist hier so ein grüner. Oh, ich sehe ihn. Lass ihn weg. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Oh, nein. Ich bin unschuldig. Was bist du? Ich bin... Sag mir, was du bist. Na, der Unschuldete. Ach, ja. Das ist Gold. Ja, ich bin unschuldig. Ich war doch kein einziges Mal Mörder übrigens. Hat noch gar nichts. Ja, stimmt. Das ist eine unfaire Sache. Ich bin nie Mörder. Außer du bist jetzt Mörder und bist es irgendwie gerade... Nein. Hallo. Nein. Ich glaube, du bist jetzt Mörder. Nee, bin ich nicht. Du verhältst dich verdächtig. Echt? Ich sammle hier nur Gold. Ich habe bis jetzt ein Gold gerade mal gefunden. Das ist verdächtig. Äh. Oh, nee. Wenn der Mörder kommt, ich kann nichts machen. Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Äh. Moment mal. Das ist ein Detektiv. Ich habe ein Detektiv gefunden. Oh, nice. Aber wir müssen immer noch den Mörder finden. Vor allem Gold. Wäre wichtig. Oh, das stimmt. Und hier werden so viele Leute weggestätzt gerade. Und ich weiß es schon mal nicht. Warum ist denn hier kein Gold? Weiß es nicht. Hä? Moment mal. Nein, nein, nein. Okay. Du bist auf jeden Fall schon mal nicht der Mörder. Ja, ich habe gerade mal zwei Gold. Oh, nein. Ist hier jemand der Mörder? Nein, hier ist auch keiner der Mörder. Ich glaube. Okay, ich muss sie gleich aufsammeln. Oh, nee. Ich habe Angst, dass es gleich regnet. Der Steve ist der Mörder. Er ist unten. Er ist unten. Ja, ja, ja. Er ist unten in der Mitte. Er rett mir her. Er rett mir her. Äh. Oh, nein. Der Detective wurde weggestätzt. Vielleicht kann ich den Detective-Bogen aufsammeln. Das wäre richtig gut. Ich wurde weggeschnetzelt, Katja. Nein. Ich bin oben. Der Detective-Bogen wurde aufgesammelt. Oh, oh. Oh, nein. Ich traue mich nicht, nach unten zu gehen. Ich habe einen Bogenschuss. Sehr nice. Der Steve, den schnappe ich mir jetzt. Den weggeschnetzeln. Pass bloß auf. Da bist du. Ja. Da ist der Steve. Ich habe Angst. Da bin alle weg. Oh, Gott. Nein, ich habe zu lange gewartet. Ach, Mann. Ich bin ein Detektiv-Freund. Ah, sehr nice. Ich bin unschuldig. Und warte mal, Katja. Ich komme zu dir. Du musst mich beschützen. Bitte schön. Hallo. Ich bin hinter dir. Äh. Hallo. Guten Tag. Ich bleibe bei dir. Ja. Äh. Ich weiß nicht. Guck mal. Ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Ja, ja, ja. Sehr gut. Komm, wir suchen ihn. Ja. Vielleicht wurde da hinten jemand weggeschnetzelt. Katja, wo bist du? Ist es der Iron Man? Da bist du. Ich habe dich verloren. Okay, okay. Am besten nie in der Mitte sein. Die Mitte ist böse. Das stimmt. Wurde ich jemand weggeschnetzelt? Nee, ich glaube da hinten. Wollen wir mal nach da laufen? Ja. Warte, warte. Ich laufe vor, okay? Ich glaube, der im Weißen ist es. Nee, bitte. Oder der Steve? Ist der Steve der Mörder? Nein. Nee. Doch, ist der Mörder, ist der Mörder. Ich habe es geschafft. Sehr gut gemacht, Katja. Oh, das ist so nice. Oh, ja. Wir sind ein richtig doll gutes Team. Ja. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.